Ich finde es hier in den Veleda-Gärten wirklich unheimlich schön, denn es erinnert mich an meine Kindheit. Ich bin auch im Grünen aufgewachsen. Dementsprechend geht mir hier gerade so ein bisschen das Herz auf. Gerade weil ich jetzt schwanger bin, setze ich mich viel mehr mit Inhaltsstoffen auseinander. Also Nachhaltigkeit spielt eine sehr große Rolle in meinem Leben. Sei es die Ernährung, die Kleidung und natürlich dann auch Kosmetik. An den Veleda Beauty Balms mag ich gerne, dass man sie zum einen mischen kann und dass man sie eben auch zu den Jahreszeiten dadurch angleichen kann, weil die Haut verändert sich natürlich immer, die Farbe der Haut verändert sich zu den Jahreszeiten. Ich habe den Bronzeton und bei Bronze denkt man immer erstmal so an Highlighter auf den Wangen. Der sieht auch tatsächlich etwas dunkler aus. Wenn man ihn aber verteilt, ist er sehr hell, sehr leicht und er passt sich auch vor allem mit meinen Sommersprossen ganz gut an. Und hat dementsprechend für mich die perfekte Textur und auch Farbe. Wenn man geschminkt ist, möchte man einfach ja immer noch natürlich aussehen und nicht zugekleistert und möchte einfach, dass die Haut einfach ein bisschen schöner und ebener aussieht. Und das gefällt mir besonders gut an denen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.